Star Wars wie angekündigt. Das muss heute sein, denn ich will so schnell wie es geht Stufe 75 erreichen. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, alles an, alles an, alles an. Los, spielen. Wir haben noch etwas vor uns hier. Bei dem hässlichen, stürmischen Wetter draußen kann man ruhig noch unten zocken. Und Hallo an YouTube. So, na dann laden wir schneller hier. Ich will suchten. Ich habe mir im Übrigen heute mal ein Abo gegönnt. Am 21. Oktober 21. Ich weiß nicht wann diese Folge auf YouTube kommt. Ja. Deswegen auch. Wenn ich 75 so schnell wie es geht erreichen. Ähm. Heute noch bitte? Danke. Ich bin ja wieder auf Nasha da. Oh Gott, das wird wieder lecken. Da werden wieder so viele online sein. Und rumstehen. Äh. Anmeldebelohnung. Brauche ich nicht? Habe ich heute früh schon abgeholt. Ich habe vier Nachrichten. Holy shit. Äh. Was haben wir denn zu machen? Zutatenbeschaffung. Wir müssen erstmal quatschen. Das war Kf ist es. Werdig. Diese Ekspiele. Man, es gibt keinen Sch숙, den Knut ein. Die Gäste. Die Gäste. Die Begele. Die Gäste. Das war Kf ist. Die Gäste. Sie müssen nachs crouches sein. Die Gäste. Sie müssen nachher kommen. Sie müssen nachher kommen wird. Begwanaubikia wa tiboku Tanko Padogaroni. Yonaliska Chananga wa chikospaini Kontika. Magusa Nopa, Changkibaguta, jiotawa in Nia. Tsubara-Tanaga, Magusa Nopa, Changkibaguta, Oh Scheiße, ich hab jetzt übersprungen. Ja, da ist er irgendwie. Jo, ähm, was haben wir hier noch drinne? Äh, das hab ich schon dreimal gemacht, das auch. Gekocht hab ich auch schon dreimal, das mach ich nicht nochmal. Ne, 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 nicht mit mir, ne, ne, ne. Ähm, ich muss... Wo muss ich denn hin? Hier irgendwo hin? Was, betritt ihr die Küche? Nein. Nö, ich muss schon wieder kochen. Naja. Dann kochen wir nochmal ne Runde. Dann gucken wir uns mal die vier Nachrichten an. Ich hab... Äh, die Zunge. Hammer. Ich finde etwas herbes. Ach du... Falsch. 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 Auch falsch. Sag mal. Ja. Ey, das war kürbissüß. Äh, ey, das war kalt. Blähkürbis. Ach, der war's. Cool. Er findet etwas reichhaltiges und cremiges. Äh, 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 was hat man hier? Das ist Essig, das dürfte es nicht sein, ey. Oh, leck mich doch. Aber jetzt nicht hier. Schalte den Herd ein. Ich finde etwas fettiges. Und wie war mir das klar? Reduziere die Hitze. Brauchen wir doch mal. Finde etwas Bindendes. Äh... Nein. Nein. Aber Essig bindet doch nichts. Könnt ihr mir nicht erzählen? Wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Äh... Jetzt haben wir ja fast alles durch hier. Alter. Äh? Äh... Äh... Jetzt hab ich aber hier fast alles durch. Äh... Das ist ja... Hammer. Herzhaftes und scharfes. Scharf. 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 Herzhaft. Oh Herr, komm. Und schau auf den Woah slash Jellah Du blah, Quincy K وب혀. tail, abend. Where do i do with it. Jo. Nice. Und die ganze Land xp. Ähm, muss ich das jetzt nochmal machen? Ich hoffe nicht. Begib dich zum Arbeitsplatz der Köchin. Ähm. Das ist, glaube ich, alles Gorni hier auf dem Planeten, wenn mich alles täuscht. Das ist doch... Och, alles... Nee. Why? Äh... Hier. Raumhafen. Ich wüsste, meine Gypsies nochmal arbeiten schicken. Macht mal bitte was für mich. Und sammelt hier richtig geiles Zeug. Ich muss mir dann wieder die Crew zur Unterstützung rufen. Achso, Moment. Nachrichten. Äh... Brief, Postkasten. Wo bist du? Gibt's hier keinen? Lol. Okay. Äh... Hallo? Bist du für Jedi-Ritter? Scheiße. Ja, Jedi-Ritter. Das wird wieder ein Spaß. Ich weiß, dass ich noch auf Hut muss gegen irgendwelche Eiskatzen kämpfe. Um eine Zutat zu bekommen. Ja, komm, ich übersprich mal. Das ist wieder langweilig. Ähm... Auf Hut brauche ich Zutaten. Dann muss ich die Trulla für die Küche holen. Und noch eine Handvoll andere Sachen. Boah... Schön. Wie viel von den Tokens habe ich jetzt eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Hier. 3200. Oh, was ist das denn? Kann ich mich da hinsetzen? Okay. Ähm... Das ist ein Mech-Schar. Das ist republikanische Flotte. Das ist wegen Kopfgeld. Ähm... Was machen wir denn als erstes? Wir fliegen als erstes dort hin. Ui. 5000 Credits kostet mich der Spaß. Das ist gemein. Das ist voll gemein. Kapitel 1. Ja. Knights of the Fallen Empire. Mal einfach mal annehmen. Oh. Ähm... Moment. Ähm... Erstmal ausblenden. Das werde ich doch nicht machen. Ich bin auch nicht mal auf Alderaan gewesen oder sonst wo. Sieht nice aus. Da soll eine Küche leben? Hm. Na dann... Na komm. Buch mal. Sanitäts-Truid. Okay. Ähm... Hier wird es definitiv wieder neben. Und eine Story-Crest geben. Die werde ich nicht anklicken. Tatsächlich. Da... Da... Da ist ein Briefkasten. Ich werde jetzt erst mal nur die Nashadar-Sachen hier erledigen. Ähm... Rise of the Dings. Ja. 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 Das nehme ich dankend an. War da was drin? Ne. Okay. Gut. Äh... Wie war das? Machen wir einmal so. Äh... Und einmal so. Scheiß drauf. Und wir aktivieren einmal XP. Und zwar... Hm. Wir haben so viel davon. Drei Stunden fünfundzwanzig. 24 Stunden an 15 Rufschaden. Äh... Äh... Machen wir einmal das an. Und einmal das. Und einmal das. Und einmal das. Ja. Äh... Wo muss ich denn hin? Wo ist sie denn? Huch? Wo? Hä? Ach hier. Erinnerung. Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Äh... Hallo? Schwarzbild? Man hört auf jeden Fall was. Mhm. Ah. Alter, was ist denn hier los? Warum... Ne, ich... Da frag's nicht. Äh... Da hinten ist die Troller. Da oben. Äh... Tütütütütütü. Neuuum. Hehehe... Ich hab doch coole Lichtschwерт irgendwo noch. Äh... Ist die das hier Küchenhilfe? Genauer. O'Nein cultura? Nee, nur für ihn. Wes? Ich suche nach der da. Das sind voll die Lieder oben der Rudianer, Alter. Holy shit. Ich wünsche, ich hätte was zu tun. Keine Sorge, ich komme auch nicht drum. So, wo muss ich denn jetzt hin? Wieder dahin zurück. Kann ich? Schade, ich dachte, ich kann abkürzen. Ich dachte, ich könnte abkürzen. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Okay, jetzt ist es nicht schwarz. Doch, jetzt wird schwarz. Es ist sehr seltsam auf diesem Asteroidenplaneten-Dings. Vor allem, Kira, es wäre mal schön, wenn du eventuell zu mir kommen würdest und so mitmachen. Ja. Na, wird dir auch mal Zeit? Was ist denn das? Warum greifen die mich jetzt an? Das hat doch gar nichts gemacht. Jetzt will ich das hier mal testen. Was hat der gemacht? Holy shit, der hat irgendeinen Sprung gemacht. Cool. Datenpack der Brüder, muss ich das sammeln? Durchsuche die rote Zone, bestimmt muss ich das sammeln. Und wenn nicht, habe ich eine Nebenquest. Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Irgendwas habe ich gerade gemacht. Stufe 61 ist schlechter als meins, wird verkauft. Ich habe Geschenke. Hier, Kira. Danke. Da, Kira. Oh, großer Einfluss. Oh, Kira. Hier, für dich. Danke. Bitte, bitte. Und jetzt lass uns, äh, was auch immer machen. Was soll ich denn hier machen überhaupt? Durchsuche die rote Zone. Hab ich doch gerade. Ich habe hier gekämpft. Reicht das nicht? Bei 187.000 Leben habe ich. Holy shit. Was ist denn los mit mir? Ja. Oh, das ist Falken. Das ist schade. Oh, das ist Falken, das ist schade. Ich will nochmal diese Ene Fähigkeit einsetzen. Moment, Moment. Anvisieren. Bitte, was? Was war das denn? Ey, ey, was aussieht, wie du bist das hier? Aber nicht so viel wie ich. Äh, ja, wo ist er denn jetzt hier? Koch, Köchin, ich suche die rote Zone, ja schön, noch was soll ich in Suche? 75, belieferte Perfektion. Es war mir eine Freude, Ihnen zu gehen. Ich werde Ihre Erwartungen übertreffen. 75? Level 75er Hose. Guck das mal da runter. Ich muss nach hier hinten. Ne, hä? Hä, was denn jetzt? Das ist das mit den Datapads. Hä? Hier leuchtet was. Dreck. Warte mal, was mache ich denn jetzt? Okay. Ich habe Müll angezündet. Ey, jetzt will ich das Ding hier nochmal versuchen. Habe ich Schaden gekriegt? Boah, aber nicht so viel. Schade. Schade, schade. Äh, falsche Tasse. Mann. Äh, aber wo soll ich denn nach der Troller suchen? Bitteschön. Nein. Der hat 162.000 Leben? Ernsthaft? Das kriege ich hin. Okay, ich muss sagen, die Fähigkeit ist schön und gut, aber wenn die nicht zielgenau auf den Gegner geht, ist sie für mich nützlos. Hä? Das ist ein bisschen buggy, okay. Ich soll hier nach was suchen? Was ist das hier? Okay, nix für mich. Hä? Was war denn das? Äh, lol, das hätte man mir auch vorher sagen können, dass ich hier ein Fernglas kriege. Wo muss ich jetzt nach, der Troller gucken? Immer noch hier. Ah, Sinn. Ah! Noch einer? Nö. Äh, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hilfe! Woop, boop, boop, hier hoch. Falsche Richtung. Au. Da lang. Okay, es zeigt sich also immer so ein Fernglas. Interessant. Genau. Wie war ich hier? Äh,bar ich hier? Ja? Ja? Hallo, anvisieren. Danke. Die Brüder sind halt echt stabil hier. Oh, der ist schon top down. Oh, was grünes. Das kann aber wieder ein Rüstungsgegenteil sein oder ein Geschenk. Ein Rüstungsteil. Okay. Ich kann schon wieder den Dreckhaufen anzünden. Der hat ein Rüstungsgegenteil über 100k Leben. Oh, mein Schwertschirm wird aber nicht mehr ohne. So, ich muss jetzt dort nach der Troller suchen. Na, dann machen wir das. Wollen wir mal ganz kurz gucken, habe ich denn alles... Jo, alles an. Ah, hier lang. Da unten sind wieder zwei Dreckberge zum Abfackeln. Alles klar. Und hier oben hoch. Oh, hier sind die letzten drei. Alles klar, gut. Wo muss ich hin und ich muss runter. Äh, hin. Äh, bäb, 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 bäb. Heilesorgen. Okay, einer von denen hat noch massiv viel Leben. Gefällt mir auch denen. Loot, Loot. Meins. Ach so, oh, ja, okay. Der letzte, ja, nur dann. Heile das Zer... Heile, was zerbrochen ist. Was? Warum soll ich was heile machen, was andere kaputt gemacht haben? Ach so, ich habe kurz ein Stück KW getrunken. Lass mich raten, hier unten ist nix mehr. Ne, ich muss nach da oben. Heile, was kaputt ist, wo soll ich denn das heile machen? Da hinten irgendwo. Boah, davon komme ich doch gerade erst. Von da komme ich doch gerade erst. Guck mal, so schnell fällst du um. Äh, ach, hier ist er ja. Ja. Ja, ich komme einfach so mit. Ja. Ja, ich komme einfach so. Ja, abgeschlossen! Warte mal, ich muss jetzt noch ein Paket hier übergeben? Bin ich jetzt auch noch ein Postbote geworden? Hey, da ist das Stürmestrausen heute, holy shit, aber das sieht geil aus, hier ne Runde leben wäre auch nicht schlecht. Äh, wem soll ich nicht hier was geben? Da. Moin moin dako. Moin moin dako. Okay, Paket 1 übergeben. So, Paket 2, da muss ich wieder weg, Flutteri-Datsch. Ich grüße Sie. Ja, wieder da, da hatten Sie nämlich noch was. Und Dark und ich wundern, das sind alles noch diese Quests von Nasha da. Die auch ein bisschen buggy sind, weil hier Black Screen ist. Äh, was, achso, ich muss noch irgendwas reparieren. Aber ich muss hier auch noch was machen, was übergeben. Wo? Das war doch hier, oder? Nein! 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 Du Hund! Alles klar Kira, nice! Ach, keine Säule, du kannst mir das nachmachen, dann muss ich das zweimal innen, wenn ich noch mal rauskomme. Musst du mir alles nachmachen? Oh, Mann. und wo ist noch mal 5 machen wir das noch mal ja bloß weil ich jetzt abo machen musst du doch nie auch gleich abo machen was ist scheiße nein 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 grabe und finde freude an der arme was das dauert wieder ja 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 Das ist scheiße, ich möchte da auch weiterspielen und auch weiterleiden lassen. Ja, aber ganz ehrlich, hätt ich mir kein Abo geholt, hättest du dir auch keinen geholt. Und nur weil ich jetzt Abo hab, dass du dir auch Abo holst, ist echt scheiße. Wie hast du gesagt, man kann auch ohne Abo weiterspielen. Und das ist in meinen Augen nach mal. Äh, fertig, gott. Dann, äh, hier, hier. Wo muss ich denn hin? Da hin, äh, dreispitz. Jetzt komme ich noch nicht hin, also da hin. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Leute, was nennt sich Kuppenzahn? Ich hab mir kein Abo geholt, da ich davon ausging, dass wir das nicht machen. Ich hab nie gesagt, dass ich, oder ich sag nie die ganze Zeit, ich hab Abo, ich hab Abo, ich hab Abo. Jetzt ist mal genug hier. Stell mich hin, als ob ich irgendein kleines Kind wäre. Und dort würde ich auch so nichts sagen. Ich bitte dich. Außer dem Kuppenzahn, mh, ist klar. Ach, scheiße. Naja, kommt auf einmal wieder schlechte Laune kriegt der jetzt. Egal. So, wo muss ich jetzt hin? Äh, dahinter. Da ist der Durie. Da ist der Durie. Das ist der Durie. Ich antworte einfach gar nicht mehr drauf jetzt. Sorry, ist mir zu blöd. Sorry, dass ich halt Items im Inventar habe, die ein höheres Level benötigen. Was? Die Hunde? Oh, nö. Fass mal auf, genau. Mich wegschubfen gibt's gar nicht. Alter, scheiße, was ist los mit denen? Kira, heil mich mal! Jetzt fall endlich um! Geiße! Holy shit! Uff, ja, gut. Habe ich das jetzt? Kehre zu Dubai zurück. Ja, habe ich. Hier, Schicksal aufklären, du. Ne, das ist nix für dich. Ja, Wrackbergen, da ist was für dich. Ich will hier irgendeine Anwartung übertreffen. Okay, das heißt, ich muss jetzt wieder... Na, na, schau da. Oh, das ist klärchen. Och, ne, hier ist schon wieder so ein Typ, der nicht spielen kann. Alles klar, das hört sich wieder an wie Abgase von hinten, ey. Ich grüße Sie! So, Raumhafen, wo warnt der? Ja, da ist ja... Hutte, Hutte, Taxi, Taxi, äh, Kantine, Schrottis Kreuzung, äh... Oh, schon alles aufgedeckt, nice. Bleiregenhafen, genau da muss ich hin. Bleiregenkantine, also. Warte mal, das kann ich doch so machen, ne? So. Muss ich wieder Black Screen machen, hier. Wo ist jetzt mein Raumschiff? Wo? 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 Wie komm ich hier wieder weg? Äh... Wie komm ich hier weg? Äh, ja. Komm ich über den weg? Stufe 75, ne. Äh... Ja, gut. Äh... Scheiße. Bleiregingsraum haben. Das heißt, ich müsste eigentlich hier rein, oder? Was ist der Kantine? Oh, was haben wir denn hier? Gratis Mechschamix. Nömer. Nömer. Alle Bäne. Haha. Was? Warum hab ich jetzt geklatscht? Und wieso find ich mein Raumschiff nicht? Scheiße, von wo bin ich denn gekommen? Äh... Hilfe? Dreispitz? Brossbrunn? Brossbrunn? Äh... Ja. Gut. Das wird's schon, weil ich hinziehen muss, ich mein Raumschiff gefunden hab. Bross... Brun. Ok. Äh, Ecke... Blablabla. Blablabla. Okay, äh... Hier gibt es das nicht. Nee, eindeutig nicht. Von wo zum Geier bin ich gekommen? Hier ist mir die Küchenhilfe. Hä? Gibt es was zum Lesen? Hast du das jetzt... Hm, okay. Ähm... Ja. Ich würde gerne dieses etwas hier verlassen, was ich planee. Nee, Meteor nennen. Hey, mit dem Gedönsklo bist du mal eher nett. Scheiße. Aber jetzt mal ernsthaft? Ich brauche echt Hilfe gerade. Ich renne dir jetzt mal nach. Nee, dir renne ich nicht nach. Das sind Imperiale. Hä? Ich verstehe das nicht. Wie komme ich hier weg? Oh. Ähm... Ähm... Ich glaube nicht, dass das gerade richtig ist. Ich glaube nicht, dass das alles hier ist Raumhafen, wo ich bin. Ich glaube nicht, dass das alles hier ist Raumhafen, wo ich bin. Organisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Wo muss ich dort hin? Passen Sie auf sich auf. Ja, 1000 Credits kostet mich der Scheiß jedes Mal. Oh, ja, mach wieder Black Screen. Äh, C, warte mal. Och, komm schon. Okay, das ist ausgetauscht worden. Was haben wir hier drin? Schnell stirbt niemand. Wieder 75. Moment. Äh... Äh... 527... Nee. 572508... 233... 236... Das ist schlecht. Das fliegt weg. Hose 265733... 265733... Die Hose ist besser. Das fliegt weg. So. Ähm... Okay, an Kanonen kann ich mich erinnern. Ja, das weiß ich. Da ist es doch. Ich wusste es. Kann ich dich anklicken? Nö. Hier haben wir es doch. Das war jetzt, äh... Schrottis Kreuzung, muss ich mir merken, für's nächste Mal. So, fliege ich jetzt als erstes nach Hut oder noch wieder zurück nach Nachschatter? Da... Ich muss ja noch ein bisschen was abschließen hier. Ich denke mal, ich fliege erst noch Hut. Zum Hut. Das, das ist die Kopfgeldmission, die machen wir später, da fliege ich jetzt dahin. Da sind nämlich zwei Sachen für Nachschatter da zu machen. Genau, dann machen wir das. Und in der Zeit, wo ich da hinfliege, mache ich mein kurzes Bäuschen. Also, bis gleich. Tschüss.